Herzlich Willkommen, mein Name ist Wolfgang Hartmann, Forschung und Entwicklung. Ich, unsere Assistentin Martina und Stefan Oberholzer, aktiver Elektroinstallateur mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung, möchten Ihnen eine weitere sensationelle Entwicklung vorstellen, den patentierten Power-Gleiter. Herkömmliche Federspitzen gibt es in nur einer Elastizitätsstufe, großer oder kleiner Biegeradius. Wir sehen hier bei Stefan, dass die Probleme bei den weichen Federspitzen am Übergang zur Zugfeder auftreten und bei den harten bereits im vorderen Teil. Wie entstehen nun diese unglaublichen Gleitfähigkeiten des Power-Gleiters? Zum einen durch seine konische Keilform, durch die das Biegeverhalten proportional ansteigt. Das heißt, vorne sehr biegsam und nach hinten stufenlos stabiler. Und zum zweiten, durch den stufenlosen Übergang zu der Zugfeder bzw. zum Ziehkopf wird der Vorschub gegenüber herkömmlichen Spiralenspitzen um ein Vielfaches erleichtert. Die Ergebnisse sind verblüffend. Wir haben dazu eine kleine Demonstration mit zwei absolut identischen Hindernissen vorbereitet. Stefan wird versuchen, mit einer herkömmlichen Kunststoffspirale dieses Hindernis zu bewältigen. Martina wird das mit einer Kunststoffspirale und Power-Gleiter versuchen. Beide werden nun gleichzeitig mit dem Versuch starten. Martina, okay. Stefan, gut. Drei, zwei, eins, ab. Martina hat das natürlich mit Leichtigkeit geschafft. Wie man hier sehr gut sieht, überwindet Martina mit dem Power-Gleiter auch engste Radien mit Leichtigkeit. Während der Vorschub bei Stefan mit der handelsüblichen Kunststoffspirale bereits bei leichten Bögen äußerst schwergängig wird und diese schlussendlich an ihre Grenzen stößt. Ein absoluter Vorteil gegenüber herkömmlichen Federspitzen ist die hohe Zuglast des Power-Gleiters. Das erreichen wir durch ein spezielles Stahlseil, das den Ziehkopf mit der Spirale verbindet. Während vergleichbare Federspitzen circa 60 Kilogramm Zuglasten aufweisen, machen die extrem hohen Zuglasten des Power-Gleiters von über 200 Kilogramm diesen zu einem absoluten Sieger. Ein weiteres Highlight des Power-Gleiters ist die hohe Drahtaufnahmefähigkeit. Möglich ist das durch den dreidimensional gefrästen Ziehkopf. Dadurch ist die Aufnahme von sieben Stück 2,5 Quadratmillimeter Drähten möglich. Stefan zeigt uns das anhand eines Power-Gleiters, an dem bereits sieben Stück Drähte montiert wurden. Der Power-Gleiter mit all seinen Attributen ist wieder einmal die Antwort von Würth auf viele Wünsche und Anforderungen der Profis am Bau. Abschließend noch eine kleine Demonstration der unglaublichen Kraftentwicklung, wenn der Power-Gleiter auf den legendären CPS-1 von Würth trifft. Das ist auf jeder Messe eine richtige Show. Viel Erfolg mit den innovativen Produkten von Würth wünschen wir Ihnen im Namen des gesamten Würth-Teams. WDR mediagroup Gleiters 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 WDR mediagroup Gleiters